Meine Damen und Herren, wir sind sehr froh darüber, dass die Sozialdemokraten diese Sondersitzung morgen einberufen haben. Das gibt uns nämlich die Möglichkeit, auf die Doppelbödigkeit dieser Bundesregierung, aber auch auf die Doppelbödigkeit dieser Sozialdemokratie hinzuweisen. Warum die SPÖ das gemacht hat, das ist auch für jeden Österreicher offensichtlich. Das ist, weil die Sozialdemokraten in Niederösterreich wenige Tage vor der Landtagswahl auch bereits mit einer schweren Niederlage rechnen müssen. Sie haben vor wenigen Tagen selbst die Medienverfolgte oder sich als Medienvertreter haben es ja aufgezeigt, dass nicht einmal mehr die eigene SPÖ Niederösterreich an Franz Schnabel glaubt. Jetzt schickt man Babler in den Ring, aber auch der wird das nicht mehr retten können. Und jetzt versucht eben die Bundes-SPÖ, weil natürlich auch das Schicksal von Randy Wagner von dieser Niederösterreich-Wahl in einem gewissen Maß abhängen wird, noch mit einer vorgeschobenen Showsondersitzung für die Sozialdemokraten irgendetwas zu retten. Meine Damen und Herren, das wird der SPÖ aber nicht gelingen, weil die Menschen im Land längst durchschaut haben, dass es, wenn Sie so wollen, bereits zwei Parteien gibt innerhalb der SPÖ. Die eine Partei, das ist diejenige, die morgen in einer Showpolitik vorgibt, gegen die Teuerung zu kämpfen. Und dann gibt es die zweite SPÖ, das ist diejenige, die überall dort, wo sie regiert, egal ob in Wien oder in Kärnten, die Teuerung erst so richtig anheizt und das Leben für die Menschen teurer macht als überall sonst wo in Wien. Bäderpreise, Energiepreise, Wienenergie, Heizkosten, Fernwärmekosten, Mieten im Gemeindebau und, 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 und. Das ist quasi die reale Sozialdemokratie und was man bekommt, wenn man die SPÖ wählt. Und die fiktive Sozialdemokratie, wenn Sie so wollen, die werden Sie morgen mit einem letzten traurigen Versuch eines Befreiungsschlages im Parlament sehen.